Ja, ein super neues Stadion, eine Top-Mannschaft, die einen sehr hohen Marktwert hat. Wir haben es heute analysiert und jeden Spieler durch den Namen besser kennengelernt und auf Videos eben. Ich glaube, es erwartet uns einfach Freude und Spaß und wir freuen uns schon auf das Spiel. Das weiß ich noch nicht, aber ich denke, wenn wir morgen dann ankommen und das Abschusstraining im Stadion haben, dann wird es sicher schon brennen und dann hoffen wir, dass viele Zuschauer kommen und dass es dann richtig Spaß macht. Nicht nur nach meinem Treffer, ich glaube generell nach dem ganzen Spiel, die Mannschaft hat super gespielt. Das macht Lust auf mehr und ich hoffe, wir können es am Donnerstag auch so machen. Ja, die Mannschaft ist top. Ich habe oft mit Biesinger über die Mannschaft geredet und wir könnten uns jetzt nicht aufregen, dass einer eine Nervensäge ist oder so ein kleiner Maulwurf oder sowas gibt es da nicht. Und es ist halt ein kleinerer Verein, aber uns macht es hier sehr viel Spaß. Das war's. 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 Das war's.